Die frühere Fußball-Nationalspielerin Kim Kulig übernimmt im kommenden Jahr den Posten als Nachwuchskoordinatorin beim einstigen Serienmeister 1. FFC Frankfurt Wie der Verein am Freitag mitteilte, bleibt die 28-Jährige darüber hinaus auch Trainerin der zweiten Mannschaft, die in der 2. Bundesliga spielt. Die Europameisterin von 2009, die nach einer schweren Knieverletzung 2015 ihre aktive Karriere beenden musste, löst Chris Heck ab, der sich ab dem nächsten Jahr mehr auf seine Trainerkarriere konzentrieren will. Ich werde die sehr verantwortungsvolle Aufgabe mit großem Einsatz angehen, sagte Kulig.